Die Adobe-Aktie ist gestern um knapp 17% abgestürzt, anlässlich der neuen Quartalszahlen, wobei die neuen Quartalszahlen ja nicht das Problem waren, die fielen soweit ordentlich aus. Als Problem wurde erkannt, die Übernahme von Figma für sage und schreibe 20 Milliarden US-Dollar, das wäre die teuerste Übernahme eines nicht börsennotierten Unternehmens aller Zeiten, meines Wissens. Die Börse findet das zu viel und hat entsprechend die Aktien nach unten geschickt und jetzt natürlich die Frage, hat die Börse übertrieben, haben wir eine Kaufgelegenheit oder vielleicht auch allgemeiner, ist das jetzt eine Verzweiflungstat des Managements oder können wir hier eine wohlgeordnete Strategie erkennen und ist es vielleicht überhaupt nicht so doof, was das Adobe-Management da macht. Mein Name ist Thorsten Tiet, hier geht es um Qualitätsaktien, Adobe ist eine solche und dann, ich habe eine relativ klare Meinung jetzt gewonnen bezüglich Adobe, aber Hinweis, ich gebe hier keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlungen, also macht euch bitte dann eigene Gedanken. Ja, hier seht ihr TradingView kommen und da ist die Aktie eben entsprechend ganz schön abgestürzt um die knapp 17%. Tun wir uns erstmal so, gehen wir erstmal ein bisschen einen Schritt zurück, atmen einmal tief ein und aus und schauen auf die allgemeine Situation von Adobe. Wir haben die ja schon im Aktienfinder und hier seht ihr die Entwicklung der unterschiedlichen Segmente. Es gibt zwei relevante Segmente, mit denen Adobe Geld verdient. Das eine heißt Digital Media und das andere Digital Experience. Digital Media ist das, wo ihr wahrscheinlich Adobe herkennt, auch als Konsumenten bzw. Verbraucher. da ist alles drin, wo es um die Erstellung digitaler Inhalte geht. Bilder, Videos, Animationen und so weiter. Wir sind übrigens auch Kunde von Adobe. Wir haben die Digital Cloud, Digital Creative Cloud, Juri? Creative Cloud. Creative Cloud, da weiß der Designer besser Bescheid als ich. Also Juri, der diese ganzen super Grafiken hier macht und Schaubilder und so weiter, die ihr auch auf dem Blog und auf unserer Webseite genießen könnt, die werden mit Adobe erstellt und wir überweisen denen jeden Monat einen kleinen Betrag dafür als Dankeschön. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also das ist das Grüne, das ist das Kerngeschäft, wo auch der Aktienfinderkunde ist, namens Digital Media, machen 73% der Umsätze, doch sehr maßenstark und hier kämpfen sie gegen Startups in erster Linie, da komme ich noch drauf. Sie sind Industrieführer und hier oben gibt es noch ein Segment, weniger bekannt, heißt Digital Experience, da geht es um Customer Experience, Customer Management, also bessere Kundenbindung, Marketing, Kundenanalyse, solche Sachen. Da oben kämpft man oder hat man Konkurrenten wie Microsoft, Salesforce, Twilio, also relativ große. Hier unten ist man der unangefochtene Industrieführer, derjenige, der die Standards setzt, derjenige, der die besten Tools mit der besten Reputation hat, best in class, aber man muss sich hier auch Konkurrenz stellen, das ist neue Konkurrenz, ja junge Unternehmen, Startups, eines dieser Startups beispielsweise Kenwa und der Vorteil ist, der Vorteil des Industrieführers ist auch gleichzeitig dessen Nachteil, weil die Produkte haben eben eine gewisse Komplexität, sie sind relativ teuer und das öffnet jetzt das Tor für neue Konkurrenz und zwar von unten den Markt aufzurollen. Unten, was ist damit gemeint, damit sind kleine Unternehmen gemeint oder auch Influencer, die ja zunehmend auch digitale Inhalte erstellen möchten, aber natürlich nicht bereit sind, zum einen große Summen zu bezahlen für eine solche Software und die zum anderen auch gar nicht die ganzen Funktionalitäten brauchen von solchen Profi-Tools, wie Adobe sie anbietet. Und jetzt diese Chance, die haben jetzt Startups, jüngere Unternehmen ergriffen und die versuchen jetzt den Markt von unten aufzurollen. Und wenn Adobe darauf nicht reagieren würde, dann würden sie von unten nach oben Marktanteile verlieren. Interessant ist vielleicht noch, dass wir hier einen Markt, ein geschätztes Marktvolumen haben, um die, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, Moment, von um die 63 Milliarden US-Dollar und hier oben, wo noch weniger Umsatz gemacht wird, Customer Management, Customer Experience sogar 110 Milliarden US-Dollar. Vielleicht auch noch interessant, hier oben, bei im Segment Digital Experience, das wächst etwas langsamer, so um die 15 Prozent jährlich oder etwas niedrigere Margen als im eigentlichen Kernsegment von Adobe, wo das Wachstum etwas schneller und etwas höher und die Margen ebenfalls etwas höher sind. Hier unten Konkurrenten, die haben also einfachere Produkte, die einfacher zu bedienen sind, die günstiger sind, die sind oft Browser-basiert. Auch noch ein ganz großer Vorteil oder ein Megatrend in der Branche ist ein teamübergreifendes Arbeiten außerhalb eines Büros. Homeoffice lässt grüßen oder digitaler Nomade, das heißt, die Teams müssen irgendwie miteinander arbeiten, zeitversetzt, räumlich versetzt und da gibt es dann eben diese Tools wie hier Canva. Canva, eines der ein Start-up des zwischenzeitlichen Marktwerts hatte von 40 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile hat man es nach unten korrigiert auf 26 Milliarden und ihr seht, das ist in der Browser-basiert und es sieht alles aus, als ob das ganz einfach geht und sowas ist eben geeignet, den Markt von unten aufzurollen. Jetzt ist es nicht so, dass Adobe da die ganze Zeit schon zugeguckt hat, das ist keine ganz neue Entwicklung. Sie haben zum einen andere Start-ups bereits gekauft, Frame.io oder Content Call, heißt ein anderes, Frame.io, hat glaube ich 1,3 Milliarden auch schon gekostet. Das ist so eine Video-Kollaborations-Plattform, eben auch für teamübergreifendes Arbeiten über Zeit und Raum quasi hinweg, wo man dann einzelne Frames, Kommentare reinschreiben kann und so weiter. Und zum anderen hat Adobe reagiert mit einem Express-Produkt, Adobe Express, was auch schon frei, also wo es auch schon einen freien Tarif gibt und man sieht auch gleich hier Social Media Post, Social Story, Social Ad, dass sich das Ganze auch an Influencer richtet. Man reagiert also schon drauf und jetzt kommt dann eben der nächste Schritt mit der Übernahme von Figma, die gegebenenfalls zu teuer ist. Das gucken wir uns dann aber noch im Detail näher an. Wenn wir hier, das können wir uns glaube ich jetzt dann auch schon angucken. Also Figma, ich habe das mal auch aufgemacht, das sieht so aus hier die Website und ich glaube, man kann schon gewisse Ähnlichkeiten so erkennen, wenn man hier zum Beispiel Canva anguckt, den Konkurrenten und dann Figma. Das ist auch browserbasiert, sieht auch ziemlich einfach aus das Ganze und ist aber sehr populär. Und dieses Unternehmen, das war bereits Mitte letzten Jahres im Juni mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet und jetzt ein oder ein Vierteljahr später will Adobe dafür 20 Milliarden auf den Tisch legen. 20 Milliarden nicht komplett in bar, die Hälfte in bar, teilweise auch durch die Aufnahme von Krediten, in die andere Hälfte über eigene Aktien. Jetzt gucken wir mal an, wie Adobe das stemmen kann. Und zwar ist da hier für die Ansicht ganz gut im Qualitätscheck. Und da sehen wir zum einen wichtige Größen. Das Erste ist, Sie wollen ja in eigenen Aktien bezahlen. Adobe, und das sieht man auch hier sehr schön, kauft seit dem Jahr 2007 eigene Aktien zurück. Und zwar massiv Anzahl der eigenen Aktien von 612 auf 473 Millionen gesunken im Zeitraum von 16 Jahren. Und insbesondere hier in der letzten Zeit ist dann auch die Bilanzposition eigener Aktien angestiegen. Bilanzposition eigener Aktien auf English Treasury Stocks. Was heißt das? Die Aktien, wenn sie zurückgekauft werden von der Börse, von Adobe, die werden dann nicht vernichtet, sondern die werden in die eigene Bilanz aufgenommen. Und wir im Aktienfinder, wir beweisen das hier transparent aus, als einige der ganz wenigen Seiten, ich weiß nicht, ob es andere machen, und die prätieren das als Vermögenswert. Und da bestätigt sich wieder, eigene Aktien sind tatsächlich ein Vermögenswert, weil die Hälfte wird jetzt, dieser Übernahme wird jetzt damit bezahlt. Wir haben hier eigene Aktien im Wert von 21 Milliarden US-Dollar. Das wird nicht mit dem aktuellen Börsenwert gerechnet, sondern das wird mit dem damaligen Kaufwert berechnet, zu dem damaligen Aktienkurs, sind aber hier für 21 Milliarden US-Dollar drinnen. Das heißt, das sind die 10 Milliarden US-Dollar auf jeden Fall abgedeckt, weil mit dem zum heutigen Kurs, wenn das nicht zum heutigen Kurs alles in der Bilanz stehen würde, wäre es noch mehr wert. Da muss man sich also keine Sorgen machen. Das wird quasi einfach übergeben und aus der Bilanz wieder rausgeschnitten. Da muss, das hat jetzt aber nichts, das sind jetzt keine operativen Aufwendungen, die irgendwie gestimmt werden müssen von Adobe. Führt natürlich zu einer Verwässerung und da kommen wir dann auch noch drauf bezüglich der Verwässerung, was es für uns Aktionäre bedeutet. Und dann haben wir noch 10 Milliarden, die bezahlt werden müssen, tatsächlich in Cash. Da kann man gucken, wie kann sich Adobe das leisten. Dann gibt es hier Cash und kurzfristig, kurz laufende Wertpapiere, die man schnell zu Geld machen kann. Und dann sehen wir, wie viel ist das. Das sind nur 5,3 Milliarden. Das reicht also nicht hier, um das zu bezahlen. Da muss man Adobe entsprechend noch Kredit aufnehmen. Wie viele Schulden haben sie denn, die zu verzinsen sind? Das sind hier die Schulden. Da kommen dann also zu den 4,7 Milliarden. Da wird dann noch ein bisschen was dazukommen. Schätzungsweise so 7 Milliarden, so in der Richtung wird es wohl sein. Dann haben sie so ungefähr 13 Milliarden Schulden. Dann ist das viel, ist das wenig. Können sie das stemmen? Da kann man hier die Tilgungskraft dazu nehmen. Und dann sieht man hier, die haben einen freien Cashflow, nachdem sie schon Aktien zurückgekauft haben. Nein, vor dem Aktienrückkauf. Da ist der freie Cashflow, Entschuldigung, in Höhe von 7 Milliarden. Also die könnten dann die Schulden, quasi die Gesamtschulden, wenn es dann 13 Milliarden werden, in ungefähr zwei Jahren tilgen. Und man sieht, dass die Cashflows auch sehr stabil sind und auch in letzter Zeit sehr stark gestiegen sind. Also das Geschäft, das läuft schon. Adobe funktioniert nicht im Krisenmodus. Man kann also diese 20 Milliarden, das ist mal mein Zwischenfazit, relativ gut bezahlen. Jetzt ist die Frage für uns als für uns Aktionäre, naja, es sind im Prinzip zwei Fragen. Die eine Frage ist, ist es sinnvoll, dass Adobe das Unternehmen übernimmt? Und die andere Frage ist dann, ist es zu teuer? Beziehungsweise was bedeutet das für uns Aktionäre? Ist es sinnvoll? Ja, ich meine schon, nach allem, was ich gelesen habe, hat Figma ein sehr gutes Standing. Und das ist jetzt sozusagen die Facebook-Meta-Strategie, die auch mal mit Insta gemacht hat. Man kauft quasi einen Konkurrenten vom Markt und lässt sich das ein bisschen was kosten. Und es wirkt für mich jetzt nicht wie eine Verzweiflungstag. Wir haben ja auch schon gesehen, im letzten, schon vor über einem Jahr war diese Firma mit 10 Milliarden bewertet. Sondern es scheint eher eine, ja, nennt es eine Beschleunigung oder eine Fokussierung des schon bestehenden Trends zu sein von Adobe. Hier ist ein wichtigstes Segment aus Angriffen von unten zu schützen, hier dieses Segment Digital Media. Also für mich macht es Sinn, erscheint das Ganze plausibel. Jetzt müssen wir uns mal fragen, was das für uns Aktionäre bedeutet, was bezüglich, also Stichwort Verwässerung. Und da habe ich hier ein Excel-Sheet gemacht, um das euch auszurechnen. Wir haben hier also den Kaufbetrag in Aktien von 10 Milliarden US-Dollar. Jetzt habe ich nicht gefunden, mit wie viel eine Aktie angerechnet wird. Deshalb habe ich jetzt einfach mal den aktuellen Kurs genommen, das sind die 313 US-Dollar. Würde dann dazu führen, dass Adobe 32 Millionen Aktien Aktien abgeben muss. Aus dem Bestand der Treasury Stocks hier, ja. Da haben wir sie hier. Da, 32 Millionen Aktien müssen sie dann abgeben. Und momentan haben wir 473 Millionen ausstehende Aktien. Habe ich auch abgelesen vom Aktienfinder. Ist ja alles transparent dargestellt. Alles wichtig. Das würde zu einer Verwässerung führen von 6,4 Prozent. Das heißt, euer Gewinn pro Aktie würde um 6,4 Prozent verwässert werden, wenn ihr Adobe Aktien habt. Jetzt gibt es nochmal einen Zusatzdeal im Rahmen dieser Übernahme. So wie ich es verstanden habe, kommen dann nochmal 6 Millionen Mitarbeiter Aktien obendrauf, die der CEO kriegt und die die Mitarbeiter bekommen von Figma innerhalb der nächsten vier Jahre. Wenn die Übernahme durchkommt, was nächstes Jahr der Fall sein soll, was abhängig ist von der Zustimmung von Regulierungsbehörden. Wenn wir die 6 Millionen Aktien nochmal in 32 Millionen dazuzählen, dann hätten wir eine Verbesserung von 7,5 Prozent eures Gewinns pro Aktie. Jetzt muss man dem aber gegenüberstellen, den Kurssturz. Der Kurssturz war fast 17 Prozent. 16,8 Prozent. Das heißt, wenn ihr jetzt von den 16,8 Prozent die Verbesserung abzieht, dann habt ihr jetzt immer noch einen Discount übrig von 9,3 Prozent. Das heißt, jetzt ist Adobe günstiger, auch unter Berücksichtigung der Verbesserung, als es vorher war. Und was man vielleicht auch nochmal am Rande sagen sollte bezüglich Figma, wird ja jetzt auch einen Beitrag leisten, wird zum einen also diese Gefahr, dass von unten das Segment aufgerollt wird, reduzieren und zum anderen wird es ja auch einen Cashflow und Gewinnbeitrag leisten. Da gibt es auch schon Schätzungen, beziehungsweise ein paar Infos, die man da ausgerückt hat. Zum Beispiel soll Figma in diesem Jahr 400 Millionen US-Dollar wiederkehrenden Umsatz erzielen mit einer Brutomarsch von 90 Prozent, das ist relativ hoch, und einer Retention Rate von 150 Prozent. Das heißt, bestehende Kunden werden, oder die Umsätze mit bestehenden Kunden steigen Jahr für Jahr um 50 Prozent. Das ist natürlich auch ordentlich. Also es sind so ein paar Highlights, die man da hat fallen lassen, um das Ganze wohl den Aktionären schmackhafter zu machen. Also etwas zum Ergebnis dann zusätzlich beitragen, das Unternehmen auch. Das muss man ja auch sehen auf der Halbenseite. So, also, meine Meinung ist, dass die Übernahme ist an sich, also strategisch gesehen schon sinnhaft. Sie kann bezahlt werden, tatsächlich, und die Aktie an sich, der Kurssturz, hat die Verbesserung mehr als übertroffen. Das heißt, wir haben jetzt echt einen echten Discount. Jetzt haben wir noch eine Frage offen. Nämlich, Discount hin oder her, wenn die Aktie vorher stark überbewertet war. Und jetzt haben wir einen Discount, dann ist es jetzt vielleicht nur weniger stark überbewertet, aber immer noch überbewertet und damit immer noch kein Kauf. Das gucken wir uns jetzt abschließend an. Das heißt, wir schauen jetzt auf die Bewertung von Adobe und gehen dafür hier in die dynamische Aktienbewertung des Aktienfinders rein. Und dann sehen wir hier zum einen den bilanzierten Gewinn, dann den bereichlichen Gewinn, der hier doch teilweise signifikant abweicht. Und ich habe mir hier geschaut, dass hier, dass der Gewinn so stark im Geschäftsjahr 2020 angesprungen ist, hat mit einer Steuergutschrift zu tun über 1,3 Milliarden. Das war also etwas Außergewöhnliches. Das heißt, wenn ihr irgendwo hier, normalerweise seht ihr auf anderen Finanzseiten nur diesen bilanzierten Gewinn und dann sieht das so aus, ob das hier stagnieren würde. Das täuscht, holt euch dann den bereinigten Gewinn für die Bewertung. Da seht ihr, dass es die ganze Zeit weiter nach oben geht. Wobei, kleine Einschränkung, wichtig auch immer, hier sind die Deltas, das heißt die Wachstumsraten auch von Jahr zu Jahr. Da seht ihr nämlich tatsächlich eine Verlangsamung. Wird wichtig, wenn wir uns für die Fair Value Bewertung hier das entsprechende Multiple für den bereichlichen Gewinn zurechtlegen, um daraus den fairen Wert zu berechnen. Wir sehen hier auf die letzten 10 Jahre 34,2. Durchschnittliche Bewertung momentan 23,2. Also das KGV momentan auf dem bereinigten Gewinn ist viel niedriger, als es in der durchschnittlichen Vergangenheit der Fall war. Wir müssen aber jetzt mal gucken, weil wir hier sehen, dass wir ab 2015 Wachstumsraten hatten. Hier mal zu 60, 40, 40 Prozent, fast 60. Da mal nur 16,4, dann wieder 28, 23. Also relativ hoch, deutlich über 20. Und jetzt haben wir hier erstmal ein Jahr mit ein bisschen Verschnaufpause. Jetzt muss man auch noch sagen, dieses Jahr ist ein schweres Jahr, auch für US-Unternehmen, wegen der, ihr wisst es, allgemeinen Situation, habe ich öfter angesprochen, gibt auch ein super Schaubild. Hier bei uns im Blog ist auch frei zugänglich, wenn ihr nochmal wissen wollt hier, was momentan alles so die Probleme sind. Und deshalb haben wir jetzt auch ein schwächeres Wachstum, unter anderem wegen der Aufgabe des Russlandgeschäfts, wegen des starken US-Dollars und natürlich, weil viele Unternehmen jetzt ein bisschen zurückhaltend sind mit neuen Investitionen. Trotzdem haben wir jetzt noch ein Wachstum von 8,6 Prozent, fällt aber niedrig aus, prognostiziertes Wachstum für das Geschäft, fällt aber niedrig aus im Kontext der vorherigen Jahre, soll dann wieder sich beschleunigen, soll sich verdoppeln, wäre dann, lege dann aber zwischen 17 und 18 Prozent auf die folgenden Jahre, wäre immer noch niedriger als in der Vergangenheit. Das heißt, ich würde hier das Wachstum nach unten korrigieren, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht das Wachstum, sondern das KGV für die Bewertung, wenn wir nämlich das durchschnittlich aus dem Standard einfach nehmen mit 34,2, dann haben wir hier so eine Bewertung. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt mache ich den bereiten Gewinn weg, damit man es besser sieht. Also ihr seht, dass der Aktienkurs auch sehr gut respektiert hat. Wir sehen dann hier wieder eine starke Überbewertung, haben dann hier in Folge die Korrektur. Das macht ja so ein Tool wie die dynamische Aktienbewertung so wertvoll, dass man sieht, dass eine Aktie überbewertet und man sie unterbewertet. Und jetzt wäre die Aktie klar unterbewertet und der faire Wert bei 474 US-Dollar. Ich nehme jetzt aber die Freiheit und sage, okay, das Wachstum wird sich verlangsamen und dann gehen wir jetzt mal auf 25 runter. Das ist deutlich nach unten korrigiert, also relativ konservativ schon, finde ich, auf 25. Jetzt liegt der faire Wert noch bei 400 US-Dollar knapp. Mal gucken, hatte ich vorher den gleichen Zeitraum. Hier lag er bei 544 sogar. Also nicht aufs Ende dieses Geschäftsjahres laufen, sondern das nächste 545. Und jetzt runter korrigiert und dann plötzlich nur noch bei 400. Also ganz klar nach unten korrigiert. Und jetzt schaut man mal, was für eine Renditeerwartung man da hat mit dieser konservativen Bewertung. Und die hieß aufs Jahr, liegt die bei 23,3%. Und bei den Folgejahren wird sich das dann auch kaum ändern, weil wir ein relativ konstantes Wachstum haben, geht dann leicht nach unten auf knapp 20%. Alles aus Kursgewinnen, Dividendenwerten nicht ausgeschüttet. Das heißt also tatsächlich aus meiner Sicht auch, aber an der Stelle noch mal keine Kaufempfehlung. Für mich ist das eine Qualitätsaktie, sie ist günstig bewertet. Die Übernahme macht Sinn. Sie ist nicht billig, aber ich denke, man kann sie rechtfertigen. So, das wäre jetzt die zentrale Aussage oder die zentrale Aussagen von meiner Seite aus. Lasst doch mal eure Aussagen in die Kommentare reinfließen. Vielleicht seht ihr es anders, vielleicht habe ich irgendwas auch verpasst, eine wichtige Info. Gebt mir einfach Bescheid. Ansonsten, danke fürs Zuschauen, auf gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao.